Moin Sie Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkursgaming und zu Hitman. Wir spielen in Goldenen Käfig und wir wollen uns heute die Snud-Herausforderung schnappen. Mal sehen, ob das funktioniert. Und außerdem wollen wir den Demonstranten aus dem Weg räumen, ohne ihn zu töten. Und ja, wir haben leider noch nicht das Brechmittel freigeschaltet, obwohl wir schon auf Stufe 7 sind in der Meisterschaft hier. Und wir fangen mal im Shisha-Kaffee an, verkleidet. Vielleicht können wir dann die Flasche einfach manipulieren des Demonstranten, ohne dass irgendjemand aufmerksam wird. Mal gucken. Und an der Stelle Grüße an Sebi, hält die Ohren steif, Junge. Man kann mit der schallgedämpften Lanza nicht durch die Frontscheibe der Botschaft durchschießen. Vielleicht funktioniert es mit der großen, also mit der schallgedämpften Jäger. Vielleicht funktioniert es aber mit der Lanza. Das werden wir heute mal ausprobieren, so ein bisschen. Wir schauen mal. Und ich würde sagen, ja, wir legen einfach mal los, gucken, was passiert. Holen uns also zuerst das Rattengift, vergiften den Demonstranten. Holen uns irgendwo unterwegs noch eine Soldatenverkleidung. Es patrouillieren ja genug. Da müssen wir nur mal einen erwischen, der irgendwie etwas abseits steht, ein bisschen isoliert. Und den dann in einem günstigen Moment irgendwie, wisst ihr, also von hinten quasi an Hals, ein bisschen Blutzufuhr zum Gehirn unterbrechen oder sowas. Und dann werden wir den da ausschalten können. Boah, das ruckelt aber hier in der Zwischensequenz, was da los ist. So, Friedenspfeife. Hier könnten wir doch zum Beispiel einen Soldaten ausschalten, ne? Die gehen ja hier ab und zu auf Poliletta, hab ich mir sagen lassen. Oder, wo ist denn hier der Ausgang nachher rechts gleich? Fuck jetzt. Also, wenn wir hier gleich unsere Daten ausschalten könnten, wäre es natürlich ein Knaller. Scheint sich aber gar nicht zu bewegen. Und wir brauchen das Kostüm auch erstmal noch. Deswegen machen wir das erstmal. Mal sehen, ob ich jetzt das Rattengift auf Anhieb finde. Ich hoffe. Ich bete, ähm, wartet, ich schaue kurz auf die Karte. Ah ja, wir hätten hier auch direkt rechts abliegen können. So, wenn wir halt hier mit uns ins Haus rum. So, hier rum. Und hier gibt es, glaube ich, Münzen, ne? Ja, genau, vor diesem Automaten. Hier gibt es Münzen. Nehmen wir einfach mit. Und hier patrouilliert ein Soldat. Hi. Den haben wir ein bisschen verpasst. Können wir mal gucken. Äh, hier drin gibt es auch einen Container, wo wir den Soldaten abbiegen könnten. Wenn dann einer günstig hier vorbeikommen würde. Vielleicht können wir den mit einer Münze irgendwie reinlocken oder so. Guck mal, guck doch gar niemand. Wenn wir ja vorhin quatschen irgendwie an der Ecke, wir kriegen nichts mit. Jetzt ziehen wir den schnell hier rein, bevor doch noch jemand kommt. So, da haben wir nämlich schon mal unser nächstes Kostüm, mit dem wir dann das Gewehr abholen können. Das Gewehr lassen wir einfach da liegen. Wenn es jemand findet, ist mir das sowas von egal, muss ich sagen. So, irgendwann muss ich hier auch nochmal das Wahrsager-Kostüm finden, wenn es funktioniert. Hi, 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 sorry, excuse me. Ich vermute, der ist hier in irgendeiner Ecke auf dem Bazar. In irgendeiner Ecke, die ich mir noch nicht weiter angeschaut habe. Ja, ich muss mich da nochmal irgendwie, wenn wir uns als Wahrsager verkleiden wollen, auf das Bild muss ich mir nochmal angucken. So, guck mal, ob ich hier, bisher hat es ja geklappt, nur unabhängig davon, wo wir waren, dass wir als Scanner verkleidet einfach hier so Flaschen angrabbeln durften und so. So, wir sehen, ob das heute auch funktioniert oder ob wir dafür als Propaganda-Klinik verkleidet sein müssen. No, müssen wir nicht. Nichts. Was sind wir jetzt für Streifen auf der Fahne? Also, der Level hier ist furchtbar schlecht auf dem Gehirn. Also, der Level hier ist furchtbar schlecht auf dem Gehirn. So, ja, dann geh doch mal runter, trink einen Schluck, Junge. Du musst ja eine ganz trockene Kehle haben. Ich meine, hier ist überall Rauch. Hm. Herr Olander, öffne die Gäste! Hahaha. Lass unsere Helmhäuser hören, bis hin zu der Fantastik-Klinik! Nächste Stimmung hier. Jetzt frag mich echt, ob der nicht mal da runterkommen möchte. Dann sehen wir vielleicht, wenn wir den anderen drinnen. Sorry, Junge. So, will der jetzt was trinken? Trinken, trinken, Schluck, Wasserflasche da unten. Ja, sorry, ich bin gegen das Mikro gekommen. Das hat man wahrscheinlich gehört. Genau. Ja, war frischendes Wasser, das hat man gut getan, oder? Was, was, wie? Ich habe das nicht gehört, man muss lauter reden. Es ist ein bisschen laut. Ich kann sehen, wo er hingeht. Vielleicht er hinten in die Seitengasse zum Lastwagen. Ja, er scheint auch was draufzunehmen. Da müssen wir also die beiden Zeugen da loswerden gerade. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss euch mal kurz anrempeln. Ja, hi. Geh. Na, Junge, geh. Ich möchte es gehen. Nicht zugucken. Was ist los mit ihm? Danke. Und deswegen steht ja auch der Mülleimer ins Läder. Und ich habe mich immer gefragt, warum der hier steht. So, das hat das Entschiefen und nicht freigeschaltet. Moment mal. Ne, Karte, stimmt nicht. Herausforderung. So, Meisterleistungen. Wenn sie den Demonstranten los, töten sie ihn nicht. Na gut. Also töten sie ihn nicht. Schmeißen ihn mir einfach in den Müllkorn. Ah ja. Okay. Gut. Das war also jenes. Jetzt können wir uns also um unser wunderbares Scharfschützengewehr kümmern. Dass sie irgendwo am Bazar auf einem Dach auf uns wartet. Vielleicht können wir von dem Dach aus auch direkt auf irgendjemanden schießen. Irgendjemand, der was wir nicht sagen kann. Ja. Sorry, okay. Hi. Ja, mach doch mal gerade. Danke, ich musste mal. Danke. Na guck mal. Wir laufen tatsächlich noch Leute durch die Gasse. Also hatten wir vorhin ein bisschen Glück. Er liebt eine Waffe. Warte, er bringt die gleich weg. Wir könnten ihn jetzt natürlich verfolgen und gucken, wo er die hinbringt. Aber nee, warum? So, Tür offen gelassen, weil gerade eh keiner vorbeigekommen ist. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sich unser Scharfschützengewehr befindet. Das ist ein Bazar. Dach. Irgendwo da oben. Von woher ist die da hoch? Da ist ein Rohr. Ja, perfekt. Das ist ja auch schön abseits gelegen. Da wird uns keiner sehen. Achso, wir... Ah, hier geht's hoch. Aha. Da haben wir es also. So, und jetzt ist die Frage, wollen wir zuerst hier, äh, Klaus Strandberg erledigen? Oder wollen wir zuerst bei den General erledigen? Und ich bin ja dafür, wir erledigen erst mal Klaus. So, führt hier auch irgendwo eine Treppe nach unten? Ja, hier links. Da muss man also ein bisschen aufpassen. So, das Ding brauchen wir eigentlich heute nicht. Äh, wohin können wir sie denn ziehen überhaupt? Da. Sehr schön. So, ein bisschen Zeugen loswerden. Ja, und unsere Fluchtmute. Wir füttern also hier hinten lang, hinter diese Mauer. Oder wir verstecken uns einfach, wenn es ganz knapp wird. Wenn da sofort Leute kommen, äh, können wir uns auch hier in der Kiste verstecken. So, das ist ja jetzt keine Deckung. Okay, gut zu wissen. Das heißt, wir können ruhig von ganz hier hinten schießen. Also, ich glaube, das ist als Sniper-Spot ganz gut geeignet. Äh, weil man halt quasi nicht gesehen werden kann. Äh, von unten. Und selbst ein ausreichendes Blickfeld hat. Ich glaube, äh, Strandberg wird da an einem dieser Fenster dann stehen. Nee, der Sway nimmt nicht ab, wenn wir stehen oder hocken. Aber wir schauen mal gerade auf die Karte, äh, wo sich Mr. Strandberg befindet. Irgendwo da unten. Klaus Hugo heißt er also. So, das heißt jetzt hier ein bisschen warten. Ja, oder auch nicht, ne? Das ist er. Wenn der Polizist da nicht wäre. Fuck! Achso. Aber jetzt können wir mal gucken. Das funktioniert. Alles klar. Kurzer Cut. So, Klaus Hugo müsste also gleich hier auftauchen irgendwo. Und dann werden wir mal sehen, dass wir uns ein bisschen, äh, nicht so dumm anstellen wie beim letzten Mal. Mal sehen, von hier aus. Also könnten wir in ihrem Hocken auch erwischen. So, dass der Fahnen stand hinauf, dass er so her durchschimmerte. Ich dachte, das wäre sein Anzug. Da ist er. So, Wachen alarmiert. Macht gar nichts. So, die suchen jetzt also uns. Wie gesagt, nicht schlimm. Also ein Körpertreffer durch die, äh, ach, Kugelsichere-Scheibe reicht. Und da ist es eigentlich schon verwunderlich, dass man da, äh, mit... Hey, bist du verrückt? Geh runter von da! Du kannst es besser! Ah, ich glaube, jetzt wurden wir bemerkt, ne? Zählt das als bemerkt? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann ärgere ich mich jetzt gerade. So, und jetzt, ähm, müssen wir mal gucken. Ähm. Ich denke, hier drüben. Hier müssen wir hin. Das ist nicht weiter schwer zu finden, denke ich. Was ist jetzt los? Irgendjemand preischt da. Wo kommt er mal? Hey der, Soldier! Hi! Hi! So, Razor ist sie dann. Müssen wir noch erwischen. Oh, do you mind? Hallo, Trooper. I'm very sorry. I'm going to get out of your way. Hello, come in! Come in! I can see where you are. So, genau, hier sind wir richtig. Doing well. Thanks for asking. He's upstairs right now working on this novel of his. Some kind of political thriller and thing. You know, an airport lit. Oh, that's nice. Ähm. Da können wir uns dann nämlich als Schuldirektor verkleiden. Mal sehen, wo ist denn der Mann? Ich würde mich ja super gerne hier vorbeischleichen, ohne ihn K.O. zu hauen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren in dem Fall. Deswegen nehmen wir ihn hier einfach mit. Und beseitigen ihn einmal. Oh, ein bisschen Blut. Aber den alten Mann also doch ein bisschen zu hart getroffen. Na klar, aber er muss ja auch K.O. gehen. So, und dann klettern wir hier hoch. Und da hat Sebi mich zum Beispiel auch, äh, vollkommen zu Recht drauf aufmerksam gemacht, dass das ja eigentlich ein geiler Sniperpunkt ist. Ne, wenn man es sich anguckt, äh, sobald man hier um die Ecke rum ist, äh, wir sind ja hier schon mal rumgeklettert in unserem ersten, ähm, durchspielen, des goldenen Käfigs. Und hier oben das Dach mit der Arzt. Ne? Mega gut, das Ding. Äh, von hier aus kann man tatsächlich in, äh, Racer Sedans, äh, Büro rein sniden. So können wir uns hier ganz hinten gemütlich machen. Und da müssen wir halt gucken, äh, dass er hier irgendwie ankommt, demnächst. Ich weiß nicht genau, durch welches Fenster man ihn hier erwischen kann. Wahrscheinlich durch das hier vermutlich, ne? Da kann man auch direkt bis zur Tür gucken eigentlich. Oder da auf den Gang. Ein Körpertreffer reicht uns ja, ne? Also wir müssen nicht viel von ihm sehen. Oh, da kommt er glaube ich schon. Guck mal, rechtes Fenster. So müssen wir aufmerksam bleiben hier gerade. Durch die Wand ihn durch zu erschießen, äh, wäre mir nicht so recht. Wenn er da zu einem Fenster rausgucken würde. Ich glaube, jetzt ist er wieder gegangen, oder? Ja. Also, äh, von hier kein optimaler Sniperpunkt. Da unten wäre wahrscheinlich günstiger. Weil man da seitlich in sein Büro reingucken kann. So, dazu müssen wir zum Beispiel an den beiden vorbei. Von hier kommen wir da auch gar nicht so runter. Das ist also ein bisschen ein Problem. Ähm. Hm. 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 Also der Punkt hier zum Snipen nicht so günstig, wie ich dachte. Schade. Tja, wie zur Hölle kriegen wir den? Ich weiß nicht. Ich werde mir ja noch ein Rundchen ausharren. Äh, werde hier einen Cut machen. Dann schauen wir mal, wie wir ihn bekommen. Also, der General nähert sich jetzt gerade wieder seinem Büro. Äh, was mir aber gerade aufgefahren ist, äh, wir können auch da hinten, äh, in diese Fenster rein snipen, Also da rechtes Fenster. Äh, das wäre auch eine Top-Gelegenheit, glaube ich, um ihn wegzunehmen. Da müssen wir dann nur ein bisschen schnell sein. Äh, beziehungsweise, ja, einen guten Reflexschutz einfach mal hinlegen. So, er ist nämlich jetzt in sein Büro. Und ich sehe ihn da einfach so überhaupt nicht. Muss ich euch ehrlich gestehen, der ist irgendwo da in der Mitte. Er hält sich schön von den Fenstern fern. Wohlweißlich. Also, ich denke, in seinem Büro, ja, da ist er auch schon wieder raus, ne? Da wischen wir ihn nicht. Aber da hinten, äh, an dem rechten Fenster wird er jetzt nicht vorbeikommen, denke ich. Äh, wenn er da zur Treppe geht, weil die Treppe da einfach weiter links ist. Na, wenn wir ihn da erwischen könnten, wäre das super. Ist er jetzt schon wieder unten? Ne, er ist noch da in dem Gang. Ne, das ist hier hinten. Eins, zwei, drei Fenster. Und hier, den Bereich rechts von der Treppe kann man gut einsehen von hier aus. Äh, den Bereich links davon, äh, eigentlich so überhaupt nicht. Na, ich glaube, der, der Treppendings ist da. Gucken wir einfach mal. Wo er sich hinbewegt. Jetzt müsste er da hinten eingebogen sein. Ganz genau. Also jetzt hier ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, ich denke, da ist er schon die Treppe unten jetzt wieder. Ähm, ganz genau. Also wenn er nächstes Mal hochkommt, dann, äh, sehen wir uns hier wieder. So, da kommt er also gerade die Treppe hoch. Wir sperren also unsere Old Glen auf. Und schauen mal. Ja, der kommt da. Er bleibt da sogar stehen. Sehr nett von ihm. Mann, Kopf hoch, Junge. Kopf hoch. So, äh, sehr hübsch. Mitgebrochen wurden natürlich alarmiert. Was ist hier passiert? Irgendwie haben die es mitbekommen, fürchte ich. Irgendwie wurden wir dabei gerade gesehen. Von den Typen hier drüben kann das sein. So, die scheinen keine Ahnung zu haben, wie wir aussehen. Sorry. So, wir gehen einfach mal und gucken mal, ob wir das, äh, Sniper-Dingsbums bekommen. Ich hoffe es. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. So, wir schauen mal. Ansonsten, ja, vielleicht, äh, dürfen wir das nicht mit der lauten Waffe machen. Dann würde ich das nochmal mit Scheigedämpfen probieren, wobei ich nicht weiß, äh, wo ich da, äh, Klaus erwischen soll. Auf dem Markt. Okay. Dagegen dem Demonstrant, ja. Äh, Friedenspfeife, jo. Und tödlicher Scharfschütze. Ja, funktioniert also so. Und jetzt können wir auch verkleid in Seidans Hauptquartier starten. Das wäre natürlich nützlich gewesen für die letzte Eskalation, die wir gespielt haben. Aber, ey, was soll's. Man kann sich ja nicht alles aussuchen, ne? Ähm, ja, das war's. Also, äh, danke an Sebi nochmal für die Tipps. Äh, sehr hilfreich, äh, sehr nützlich, sehr akkurat auf jeden Fall. Ähm, ja, im Büro kann man sehr dank nicht erschießen, aber da hinten an dem Fenster, da guckt er ewig rum, ne? Also, wenn man da ein bisschen günstiger steht, dann kriegt man es auf jeden Fall auch hin. Äh, ich bedanke mich bei euch allen anderen fürs Zuschauen, äh, fürs Dabeisein. Alle Kates unbemerkt, äh, nope, keine Körper gefunden, äh, nope, äh, aber immerhin kein Nichtziel-Kit. Und wir haben das Achievement freigeschaltet. Darum ging's ja heute. Ja, mal sehen, was wir beim nächsten Mal machen. Ne, ich lass mir das einfallen. Na, ich hab da noch eine kleine Sache, die ich gerne ausprobieren wollen würde, jetzt, wo wir uns hier verkleidet in Sedans Hauptquartier schon mal, äh, geben können, um dort zu starten. Äh, achso, äh, ab auf dem Markt übrigens, das gab's dafür, äh, ich hatte den ersten Versuch gemacht als, äh, Schneckenverkäufer, äh, weil ich dachte, ist ja auch ein Bedienungspersonal, der kann bestimmt auch die Flasches Demonstranten unbemerkt vergiften. Ähm, ne, ist nicht der Fall. Also, als Trainer aus der Shisha-Bar geht das als Nacktschneckenverkäufer, obwohl der so eine Kochuniform anhat, geht's nicht. Ähm, so für alle, ne, die sich jetzt gerade gefragt haben, was da los ist. Ähm, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ähm, und wünsche euch bis dann einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.